Sie sehen einen balkenförmigen Starkkörper unter dem Einfluss zweier paralleler Kräfte F1 und F2 mit gleicher Orientierung. Unsere Aufgabe besteht darin, diese beiden einzelnen Kräfte zu einer resultierenden R zusammenzufassen. Als erstes führen wir dazu zwei Kräfte P zusätzlich ein, die eine Gleichgewichtsgruppe bilden, also nichts an dem statischen Zustand des Systems verändern. F1 und P können nun zu einer neuen zwischenresultierenden F1P zusammengefasst werden. Dazu zeichnen wir einen Kräfteplan 1, ermitteln F1P und ersetzen im Lageplan die beiden einzelnen Kräfte F1 und P durch F1P. In der gleichen Weise fassen wir F2 und P zu einer neuen zwischenresultierenden F2P zusammen. Die zwischenresultierenden F1P und F2P sind nun nicht länger parallel zueinander. Ihre Wirkungslinien haben im Lageplan einen gemeinsamen Schnittpunkt. Wir können also F1P und F2P in der üblichen, bereits besprochenen Weise zusammenfassen. Dazu zeichnen wir den Kräfteplan 3. Die so ermittelte resultierende R ist parallel zu den Kräften F1 und F2 und gleichermaßen orientiert. Abschließend verschieben wir den Kräfteplan 2 noch so, dass er unmittelbar unterhalb des Kräfteplan 1 angeordnet ist. Die auf diese Weise überlagerten Kräfte P sind entgegengesetzt gleich groß und heben sich also in ihrer Wirkung auf. Wir können sie deshalb auch ausblenden. Nun erkennen wir unmittelbar, dass die beiden verbleibenden Kräftepläne identisch sind. Daraus dürfen wir schließen, dass die resultierende R auch unmittelbar als vektorielle Summe der Kräfte F1 und F2 aufgefasst werden kann.